Musik Im hohen Meer sind, so spricht die Bär, war und ist der Luxus zu Hause, doch nicht nur. Lasst uns beginnen mit, es war einmal, das war einmal ein einfallsreicher Geschäftsmann, der sich mit gutem Partner an seiner Seite der Herausforderung stellte, Lux, das Licht, in Luxus, in Pracht zu fassen, weil Licht mehr ist als Helligkeit, weil Licht mitten ins Herz trifft. Musik Leutzer Feena steht für die Liebe zum Licht. Der Showroom ist gemacht worden, dass wir also versuchen, Architekten anzusprechen, Privatkundschaft anzusprechen, die gewonnenen Genre, die so hier an ihren eigenen Entwürfen. Musik Was hier wirklich interessant ist, ist, dass man in einer Branche stehe und vielleicht sehe ich das jetzt falsch, aber doch sehr handwerksorientiert ist, diesen internationalen Footprint schafft. Das ist wirklich grandios. Also Gratulation dazu, dass man das hier wirklich als Unternehmerfamilie in dieser Größenordnung schaffen kann. Gut abgibt. Die Event war großartig. Es ist einer der ersten Events dieser Zeit, wo wir eigentlich Musik und Dance hatten. Es war schön. Es erinnert mich, dass ich in Viena bin. Musik Das war sehr gut mit dem Tanzen, mit der Energie hier. Ich finde auch sehr gut, dass in Ausstellungen in Wien es sind sehr viele, sehr Hauptleute. Und hier, das hat mich interessiert, dass wir sehr viel Jungen heute. Und es ist einfach die Zukunft. Das war ganz toll. Musik 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 Musik